Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zum erneuten Video auf diesem Kanal. Alex und ich bedanken uns recht herzlich für 1000 Abonnenten auf unserem Kanal. Dafür haben wir uns was relativ Geiles überlegt und zwar gibt es ein Gewinnspiel. Was es zu gewinnen gibt und wie die Teilnahmebedingungen sind, das seht ihr natürlich nach dem Intro. Also zu gewinnen gibt es einmal die Elcor Maus von Cooler Master. Das ist eine Gaming Maus mit einstellbaren 4000 dpi auf 4 Level mit LED Beleuchtung. Könnt ihr auch verschiedene LED Beleuchtung nehmen. Einmal weiß, grün, rot und blau. Den Amazon Link von dieser Maus werde ich natürlich in die Beschreibung packen. Die Teilnahmebedingungen für diese Maus sind, jeder darf dreimal teilnehmen. Das heißt, ihr müsst einen Kommentar schreiben mit irgendeiner Zahl von 1 bis 100. Ihr müsst Abonnent sein und ihr müsst das Video liken. Warum ihr Abonnent sein müsst, ich finde die 1000 Leute haben es sich redlich verdient, diese Maus zu gewinnen. Also eine Chance auf diese Maus zu haben. Und die anderen hätten es nicht so verdient, weil wer kein Abonnent von uns ist, der hat auch nicht verdient, so eine Maus zu haben. Falls jemand von euch sich 4 Zahlen aussucht, wird er natürlich sofort disqualifiziert. Am 30.04.2015 endet das Gewinnspiel. Da werde ich natürlich ein Video hochladen, wie ich die Zahl von einem Generator generieren lasse. Suche dann die Zahl, wenn es jetzt sage ich mal eine 59 ist, sucht dann die 59 in den Kommentaren. Sollte die erste generierte Zahl nicht vorkommen, werde ich natürlich eine neue Zahl generieren. Das werdet ihr dann alles in dem Video sehen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und viel Glück, vor allen Dingen bei dem Gewinnspiel. Sucht euch drei Zahlen aus und vielleicht seid ihr ja einer der glücklichen Gewinner. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.